Willkommen beim BUSCH TACTEO Konfigurator, dem einfachsten Weg von der Produktauswahl über die Gestaltung bis zur Bestellung Ihres individuellen KNX Sensors. Als Beispiel nehmen wir an, Sie möchten in zehn Hotelzimmern zweifach Bedienelemente zum Dimmen installieren. Zuerst loggen Sie sich im myBUSCH Jäger Portal ein. Hier. Weil Sie ein Bedienelement zum Dimmen benötigen, wählen Sie das entsprechende Produkt. Nun individualisieren Sie das Bedienelement zum Dimmen. Wählen Sie zweifach und für die Schalterposition senkrecht. Die Größe können Sie hier auswählen und natürlich auch das BUSCH Jäger Logo entfernen. Ändern Sie hier die Farbe Ihres Schalters und die Gehäusefarbe der Vorschau. Wählen Sie nun das Land, wo der Schalter installiert wird und den entsprechenden Installationsstandard. Dieser ist durch die Länderauswahl bereits vorgegeben. Sie können ihn aber auch anpassen. Klicken Sie auf das entsprechende Schalterfeld, um das Symbol zu ändern. Den Schalter können Sie nach Ihren Wünschen anpassen. So konfigurieren Sie das Bedienelement zum Dimmen. Wählen Sie das passende Symbol und definieren Sie nun, welcher Schalter das Licht wie dimmt. Sie können die Optik in der Vorschau überprüfen und sehen Ihren fertigen Schalter in der gewählten Farbe auf der Wandfläche. Das sieht wirklich gut aus. Wenn Sie mit Ihrer Konfiguration zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter und speichern die Konfiguration. Sie können diese einem Projekt zuordnen, sie benennen und Schlagworte zur leichteren Suche vergeben. Dann fügen Sie die Konfiguration der Bestellung hinzu. Ihre Konfiguration wird nun mit einer spezifischen Design-ID versehen, die nur für diese eine Konfiguration gültig ist. Falls Sie die Konfiguration ändern, fügen Sie diese unbedingt der Bestellung hinzu, weil jede neue Konfiguration eine neue Design-ID generiert. Wenn Geräte noch nachbestellt werden sollen, kann dies über die gleiche Design-ID erfolgen. Ändern Sie nun die Bestellmenge auf 10, um alle Räume mit dem gleichen Bedienelement auszustatten, geben Ihre Liefer- und Rechnungsadresse ein und drucken dann das PDF aus oder laden die Stückliste für Ihren Fachhändler herunter. Die Bestellung erfolgt nur über die Elektroinstallateure und den Elektro-Großhandel. Mehr ist nicht nötig für die Ausstattung Ihrer 10 Hotelzimmer mit individualisierten Bedienelementen.